auch ein sehr tolles buch star wars raumschiffe und fahrzeuge von dk auch super ich finde alle illustrationen geil wie es dann in den innenräumen der großen raumschiff auch aussieht also da ist echt alles dabei ja da haben wir hier das imperial shuttle schaut mal rein wie sie da alle hoppen ich habe das ja auch in lego gebaut das war im letzten jahr ich weiß nicht ob ich da noch mal ein video rein stellt vom bau da habe ich nämlich auch ein bau von dem imperial shuttle gemacht hat natürlich auch nicht die beste qualität weil da hatte ich meinen kanal noch nicht das ist auch super geil hier in dem et wie es da ausschaut also das ist auch ein mega buch muss ich sagen ich kann jetzt nicht alles finden aber der sand crawler der sand kriecher steht hier ist da im innenraum ausschaut also ich meine das ist natürlich noch eine ecke heftiger wie jetzt das lego modell und es gibt ja von maul king für alle lego fans gibt es ja einen sand crawler der ist ja um ecken größer wie der den ich jetzt baue das ist auch mit lego steinen und der hat bestimmt einen meter länge also das ding ist mit sicherheit auch schwierig zu bauen und noch schwieriger einen platz zu finden das ist ja dann auch immer das problem bei lego modellen dass man eben auch einen platz dafür findet und der platz ist ja begrenzt bei uns allen deswegen wird es bei mir jetzt auch schwierig den sand crawler den werde ich dann wahrscheinlich hier bei mir in mein zimmer rein stellen weil er im kino kein platz findet und ich habe ja dann ich habe es glaube ich schon mal erwähnt den et den wollte ich letztes jahr zu weihnachten bauen das habe ich da nicht so ganz geschafft der ist nur zu er hat noch nicht mehr zu einem viertel ist er gebaut möchte ich mal sagen und wenn den wollte ich jetzt um die weihnachtszeit auch fertig machen dass ich den et auch hier wahrscheinlich rein stelle weil im kino bekommt er auch keinen platz also das nummer ganz kurz zu diesem buch das auch super ein super buch